Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Kieferschmerzen loswerden. Heute mit der Frage, ist CMD eigentlich heilbar? Letztens kam eine Patientin zu mir und meinte, also ist denn das, was ich habe, eigentlich heilbar? Weil ich habe jetzt erstens gelesen, dass CMD doch überhaupt nicht heilbar ist. Und es war so ein bisschen nach dem Motto, ja, nicht so treffen wir uns jetzt eigentlich. Also wenn es nicht heilbar ist, dann ja, wo ist der Sinn? Und ich habe das schon ein paar mal beobachtet. Die Leute, die wir folgen, zum Beispiel auf Instagram oder auch über meiner Webseite, dann sind immer mal ein paar dabei, die schon fragen, ja, nützt das überhaupt was? Kann man CMD denn überhaupt heilen oder ist es nicht mehr als eine minimale Linderung, die ich erreichen kann, wenn ich selber was tue? Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, denn wenn es nicht heilbar wäre, dann ist überhaupt die Frage, warum gibt es Kieferschmerzen loswerden und warum mache ich mich dann so stark für die Heilung dieses Krankheitsbildes? Ja, in der letzten, einer letzten Videos habe ich darüber erzählt, was CMD eigentlich ist. Und wenn du verpasst hast, dann spul nochmal zurück, hör es dir an, aber nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. CMD ist diese schmerzhafte Funktionsstörung zwischen Kiefer und Schädel. Irgendwas im Verhältnis der beiden zwischen Kiefer und Schädel stimmt nicht. Und die Betonung liegt darauf, es ist eine Funktionsstörung, es ist nicht minder zuallererst als Krankheit definiert, es ist erstmal eine Funktionsstörung. Und wenn man jetzt sagt, dass CMD nicht heilbar ist, weil es chronisch ist, dann geht man davon aus, dass der Körper ein starres Konstrukt ist, was sich nicht ändert. So, es bleibt also immer gleich, es ändert sich nicht, es passt sich nicht an, es kann sich nicht regenerieren, es kann sich nicht ändern, es kann sich nicht adaptieren. Und das, da müssen wir wahrscheinlich die meisten recht geben, das ist erstmal falsch. Denn woher kommt es sonst, dass du jetzt einen Jugendlichen hast, der wegen wie er 15 ist und auf einmal schießt er in die Höhe bis er 18 ist und der Körper hat sich den Gegebenheiten angepasst. Oder wir nehmen mal jemanden, der blind geboren ist. Wenn du vielleicht schon mal geschaut hast, einen Blinden in die Augen, dann sind die Augenhöhen, also ringsherum was um das Auge ist, anders entwickelt als bei einem normalen, der sehen kann. Das kommt daher, wenn jemand blind geboren ist, hat er ja diese Funktion des Sehens gar nicht. Also der Augapfel, das Auge funktioniert nicht, es erfüllt die Funktion des Sehens nicht. Und dadurch wird das ganze Wachstum dieser Schädelknochen hier herum verändert. Die müssen sich nicht anpassen, die entwickeln sich gar nicht erst in die Breite. Und das ist der Grund, warum jemand, der blind geboren ist, eingefallene Augäpfel hat. Also es ist wirklich hier, du siehst, das ist hier gar nicht entwickelt, das ist richtig eingefallen. Und das bedeutet, das System passt sich immer den Gegebenheiten an. Wenn wir jetzt CMD nennen, dann ist es ja so, dass bei CMD verschiedene Faktoren dafür verantwortlich sind. Zu einem ist es ja die Halswirbelsäule, es ist aber auch die Kopfgelenke, es sind die Kaumuskeln, es sind die Kiefergelenke und nicht zuletzt ist es der Biss. Die alle wirken zusammen. Und wenn die untereinander ein Problem haben und nicht im Lot sind, dann kann halt so eine CMD entstehen. Wenn du es aber wieder schaffst, die ins Lot zu bringen untereinander, dann ist auch eine Heilung oder zumindest eine sehr gute Linderung dieser Funktionsstörung auf alle Fälle möglich. Ich vergleiche das immer so gerne wie mit einem Rucksack. Im Laufe der Jahre, wir haben alle einen Rucksack da auf den Schultern, den laden wir uns auf, umso älter wir werden. Und in diesen Rucksack kommen ganz, ganz viele Brocken rein. Mal größere Steine, mal kleinere Steine, wie auch immer. Und diese Brocken, diese Steine, die da reinkommen, die können zum Beispiel sein, okay, physikalische Felder, in denen wir uns befinden. Wir haben viel zu viel Handystrahlung um uns herum zum Beispiel. Oder du hast dir mal irgendwann in der Vergangenheit deinen Fuß gebrochen. Dann hast du da ein Trauma, was da drin ist in deinem Rucksack. Nicht ein Trauma im Kopf, sondern wirklich ein Trauma, was im Fuß stattgefunden hat. Du bewegst es vielleicht dadurch anders. Oder du hast eine Fehlhaltung. Vielleicht bist du schon mit einer Skoliose, mit einer Schiefstellung der Wirbelsäule geboren. Oder du hast vielleicht diese berufliche bedingte Hochstand immer der Schultern. Du bist immer angespannt. Das geht natürlich dann auch wieder auf die Kaumuskeln, weil die dann wiederum der Halsmuskulatur helfen, das abzufangen. Und so lädst du dir immer und immer mehr Brocken in deinen Rucksack rein. Und so entsteht am Ende ja auch eine CMD. Die ist von vielen Faktoren abhängig, die wir heute noch nicht alle genau wissen. Und so wie du dir die Faktoren einlädst und die Steine in deinen Rucksack, so kannst du sie natürlich auch Schritt für Schritt wieder rausladen. Und das beobachte ich auch immer wieder bei Patienten, die chronisch erkrankt sind, dass das sehr gut möglich ist, diese zu beeinflussen. Natürlich ist immer die Frage, was ist der größte Brocken in deinem Rucksack? Wo hast du den größten Erfolg? Wenn du das änderst und den Brocken rausnimmst, dann kommt es zur Linderung. Das bedarf natürlich einem sehr guten Therapeuten, der spezialisiert ist auf CMD. Und das nicht nur in Wochen einen Kurs, muss ich dazu jetzt mal sagen. Und es bedarf einem guten Zahnarzt, vielleicht auch einen guten Kieferorthopäd. Also da kannst du immer was ändern, weil unser Körper ist komplett immer anpassungsfähig. Vom Anfang, wenn wir geboren sind, bis wir sterben. Klar, wenn du jetzt jünger bist, du bist 20, kann ich jetzt jemanden einfacher beeinflussen, als wenn er 90 ist. Der Rucksack eines 20-Jährigen ist natürlich auch einfacher. Der hat ja kaum da Brocken drin, als jemand, der schon 90 ist und der in seinem Leben sehr viel aufgeladen hat. Dann sind dann halt sehr viele Themen, die ich auflösen muss. Aber unser Körper selber ist immer anpassungsfähig. Also lass dir da nichts einreden, dass jemand sagt, hey, das ist doch eh nicht heilbar oder du brauchst da eh nichts dafür zu machen, sondern bleib dran. Mach das, was du tun kannst. Such dir jemanden Gutes als Unterstützung, als Ergänzung und dann wird das. Und das erlebe ich wirklich jeden Tag in der Praxis und ich wünsche mir, dass du das auch erlebst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Ansonsten gerne, wenn es dir gefallen hat, einfach einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren. Da freue ich mich noch mehr drüber und bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.